Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie nächsten Frühling auch wieder so eine fantastische Blumenpracht auf dem Balkon wollen, dann müssen Sie schon rechtzeitig an das Vorbereiten denken. Bei GOP finden Sie alles, was Sie zum Anpflanzen brauchen. Gerade jetzt zum Beispiel das besonders günstige Balkonsortiment mit fünf verschiedenen Blumenzwiebeln, wie Krokus, Hyazinthen, Narzissen und verschiedenen Tulpen. Das Anpflanzen ist sehr einfach. Man deckt den Boden des Blumenkistes zuerst mit Tonscherben oder dann mit Kisselstein. Und dann kommt etwa 6 cm hoch Holaflor-Balkonerde drauf. Jetzt kommen die Blumenzwiebeln dran. Die pflanzt man möglichst leicht versetzt ein. Und natürlich gut zudecken, auch wieder mit Erden, sodass gar nichts oben raus schaut. Dann pflanzt man noch leicht mit Wasser an. Die genaue Pflanzeanleitung finden Sie übrigens auf jeder Packung auf der Rückseite. Und zum Überwinteren suchen Sie sich jetzt auf dem Balkon möglichst einen geschützten Platz für die Blumenkiste. Sie decken vorsorglich noch mit Tannenzwieg zu, das schützt dann noch mehr. Und die Zwieg nimmt man erst weg, sobald dann im Frühling die ersten Treibe sichtbar werden. Nebst dem Holaflor-Sonderangebot finden Sie natürlich bei Gopasuschnah eine grosse Auswahl von weiteren Blumen und Pflanzen, so, dass es dann einen richtig bunten Frühling gibt. Möchten Sie Blumen und Sonne schon im Winter erleben? Dann schauen Sie doch in neuer Populares Ferienplausch-Katalog mit den vielen pfiffigen Reiseideen zu erfrischend günstigen Preisen. Ferienplausch am Meer, auf der Kanarischen Inseln, am Mittelmeer. Ganz neu zusammengestellte Erlebnisreise in Europa, Afrika und Amerika. Eine sechstägige Entdeckungsfahrt ins Pharaonenland in Oberägypten. Kreuzfahrten mit komfortablen Schiff auf allen Weltmeeren. Der neue Populares Ferienplausch-Katalog können Sie jetzt bestellen mit dem Gucci, der in der Grobzeitung ist von dieser Woche. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch, wie man auf ganz neue Art die Hände waschen kann. Mit Prima, der flüssigen Cremeseife. Prima muss man nur einmal öffnen für 300 Mal Händewaschen. Sie ist bequem und sauber wie noch nie. Bettwäsche für jeden Geschmack finden Sie wie immer in Ihrem Grob-Warenhaus. Die dekorative Bettgarnitur zum Beispiel ist nicht nur traumhaft schön, sondern jetzt auch noch fantastisch günstig. Wenn Sie in Zug oder Horge wohnen, können Sie in einer neuen Grob-Laden einkaufen. In Zug im Grob-Center Hertie und in Horge im neuen Einkaufszentrum Waldeck. Die beiden neuen Grob-Laden werden morgen aufgemacht. Und auch in St. Galler-Ost findet morgen eine Eröffnung statt. Es ist der Gallusmarkt mit über 30'000 Artikeln unter einem Dach. In dem grössten Verbrauchermarkt in der Ostschweiz hat es übrigens auch ein Bau- und ein Hobbycenter. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Grob-Rezept dieser Woche. Nach dieser Sommerpause begrüsse ich Sie wieder ganz herzlich bei uns im Kochstudio. Hier gibt es Südfleisch mit Saisongemüse. Dazu brauchen wir Rindfleisch, Markknochen, eine besteckte Ziebele, weisse Riebe, gelle Riebele, Lauch, Sellerie, Knoblauch und Peterli. Hierin haben wir das Südfleisch mit Markknochen während einer Stunde kochen lassen. In dieser Zeit haben wir das Gemüse parat gemacht und binden es noch ein bisschen zusammen, damit es während dem Kochen nicht auseinanderfällt. Zusammen mit dem Fleisch und ein paar Pfefferkörnern müssen wir es jetzt noch etwa zwei Stunden ziehen lassen. Zuerst den Bouillon, zum Beispiel mit einer Beilage. Und dann sieht Fleisch servieren. Wir empfehlen dazu Salzhertöpfel, Gornichon und Senf. Und Sie denken ja daran, das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Einen guten. So, wir danken, dass Sie für uns Zeit hatten und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und jetzt achten Sie doch noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Und hier noch der aktuelle Preisschlager. Dieser praktische Satrap Raclogrill für sechs Personen kommen Sie jetzt zum einmaligen Preis von 79 Franken rüber. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Alle ausländischen Flora-Mielhonig im Glas an 500 Gramm, 50 rappen günstiger. Zwei Dosen Coop-Erbschen mit Rüebli statt 4 Franken nur 2,40. Coopfleisch-Bastetten Delikatesse, Kalbfleisch oder Schinken 115 Gramm statt 1,35 nur 1 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 4 Kilo Gewebeverrädler Comfort statt 97 nur 6,50. Zwei Kilo Bleich und ein Pfleckungsmittel NK statt 98 nur 7,50. Auf Wiedersehen.